Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Der beste Ballwechsel bisher des ersten Satzes, das hatte man wohl doch nicht unbedingt erwartet. Aufschlag bei der Spanierin. Das ist natürlich gefährlich. Untertitelung. BR 2018 Unglaublich gespielt von Martina Hingis. Sie kann... Bei den Momenten, dieses Repertoire auch glänzend taktisch genau richtig einzusetzen, ist immer den richtigen Ball im richtigen Moment. Ganz anders kommt Tita Martinez und damit ist der erste Satz. Nach Belieben punktet sie. Gut. 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 eine der vielen zum ersten mal bei einem wichtigen punkt von martina hinkes und das erste alles versuchen wird um sich das verlorene aufschlagspiel sofort zurückzuholen glück Zu aufsichtlich dieser Stop. Jetzt gibt sie alles, die Spanerin, aber die zwei... Martina Hingis, Schweizerin selbst, den zweiten Satz mit vergleichbar vielen Fehlern. Er hat das erste Ass und damit wieder die vier Ereignisse können zu haben. Conchita Martinez. Ganz anders die Schweizerin. Unglaublich. Jetzt klappen wir auch die... Ein Punkt fehlt er noch zur erfolgreichen Titelverteidigung und keiner zweifelt mehr daran, dass sie diesen Punkt sich holen wird. Ein glattes 6 zu 0 und 6 zu 2 hochverdient holt sich Martina Hingis ihren achten Turniersieg in diesem Jahr und es war mit Sicherheit nicht ihr letzter. Insgesamt ein...